Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen mal die alte Bibliothek erkundet, dass das Ostufer des Nieders, das Ostufer, heisst das nicht den Ostufer? Wo bin ich hineingeraten? Oh! Wo? Ich muss eine Straße finden. Was ist das auf einer Insel? What? Okay, das ist da. Find ich irgendwo ein Boot? Hey Esel, was machst du denn da? Hey Esel, was machst du da? Kann ich ihm helfen? Verdammt doch so tränend. Ich glaube es ist zu spät. Scheiße, Alter. Oh! 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 Ich bin wieder zu Hause. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ein Olivenhain am anderen Ufer. Öl pressen und Nil auf und abwärts verkaufen. Genau wie die Olivenbäume in Kyrene. Wir sind nicht in Kyrene. Nicht alles von dort ist besser. Ich mag das Sesamöl hier lieber. Und diese... Frieden, Nebet. Was machst du hier draußen? Ich sammle Kräuter für den Heiler von Lithopolis. Ist es hier sicher? Nichts auf der Welt ist sicher, mein Freund. Die Stadt wird von Sandstürmen und Schlangen geplagt. Ist es in der Wildnis gefährlicher? Ha, das ist wohl wahr. Egal. Ich weiß ja nicht, wohin du willst. Aber sei vorsichtig bei den Ruinen. Ja? Warum das? Ich kam ihnen einmal zu nahe und fand eine Öffnung, die unter die Erde führte. Ich war neugierig. Doch dann hörte ich seltsame, übernatürliche Gesänge. Wie von einem Dämon. Lach nicht. Ich weiß nicht, was das war. Und ich will es auch nie herausfinden. Wo war das? Keine Ahnung. Und wenn die Götter gnädig sind, finde ich es nie wieder. Und du auch nicht. Okay. Ist mir im Grunde egal, ne? Gucken wir uns das mal an. Ich spreng dich um. Wo ist der andere? Und ich will mich nicht jetzt. Du hättest nicht hin. Ich glaube, alle Fähigkeit, ich ist da nachher vor. So, ah, ich brauche eine. Alter Mann. Verwägungsgeriff drücke, um deine Substanzbeine leicht einzusetzen. Handelsvertreter. Ich weiß nicht, was das hier ist. Schön, nice. Oh, okay, ich habe mich unendlich. Oh, große Profil, wir bringen dir diese Kostbarkeiten als Opfergabe für unser geliebtes Hackett. So, nicht gerade hell hier. Ich weiß nicht, was das hier ist. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Oh, ups. Wer darf? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani-Jehudi. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmed als auch Selkid heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Cool. Da bin ich drauf. Zweiter Turm. Da wurde ich drauf. Noch mal hinten. Das sind die Räuber, die der Historiker erwähnt. Oh, fuck. Oh, fuck. O, drei. Da war es. Der ist ein Räuber. Oh, okay. Oh, das war. Oh, das war das für ein Räuber. Oh, das war das. Oh, das war das. die wachen hier sind sehr aufmerksam na ja sie pennen gerade einer ist aufgewacht aufpassen hier stimmt was nicht hey wer war das war ich das gerade ich habe das ziel in sicht das war einfach ja 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 wow alter ja 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 so ich habe das gefühl ich sterbe gerade weil ich brenne das muss ich reparieren reparieren und ausrüstung ich würde in gleiches rein oder das scheiße aus oder sehr gut verbrannt scheiß 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 also nicht so viele die machen mich fertig fertig ja 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 Oh, das war mal da. ich danke euch teuerste göttinnen da werde ich den glauben erhalten naja ist mal ausrüsten habe ich bis zum fuhren gekocht Beide einen Fertig. Was war es da noch hier? Das klauen wir mal Auch, ich bin auf den Insel, die ich trat, wenn wir so fahrern sind Oh, da ist der Düsseldüssel, oh die Leute. Oh. Wir waren die Ersten, die die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft. Von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen. Die Ersten, die die Schatten. Die Schatten. Die Schatten. Die Schatten. Die Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020